Wir sind zur ersten Runde. Wir sind zur ersten Runde. Unterbrechung, Sende, Kampfposition in der Ringmitte. Nächste Maschlarz, Marius Fanin gegen Marcos Tidalgo. Unterbrechung, Sende, Kampfposition in der Ringmitte. Unterbrechung, Sende, Kampfposition in der Ringmitte. Unterbrechung, Sende, Kampfposition in der Ringmitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ende des Stumpers. Ende des Stumpers.